Ja, hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Rupert Neudeck Gesamtschule in Tönnies-Forst. Ich grüße euch noch aus den Sommerferien. Ich bin auch noch sommerlich angezogen, stehe aber hier schon vor der Schule, die natürlich noch ganz leer ist, weil noch keine Kinder da sind. Ich wollte euch sagen, wir freuen uns alle auf den Schulstart. Ich grüße euch von all euren Klassen und auch euren Fachlehrern. Wir freuen uns alle, dass es am Mittwoch nächste Woche wieder losgeht. Leider natürlich noch nicht so ganz normal. Wir müssen ganz viele besondere Regeln beachten wegen der Corona-Pandemie. Dazu finden eure Eltern eine Information auf der Homepage und ihr findet auch schon mal einen Merkzettel. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir die Maskenpflicht haben. Das wird sicherlich nervig werden im Alltag, den ganzen Tag mit der Maske rumlaufen und sogar auch im Unterricht die Maske aufzuhaben. Aber ich glaube, das ist aus gesundheitlichen Gründen wirklich wichtig. Genauso wie die zweite Hauptregel, Hygiene, Hände waschen, Hände desinfizieren und auch die dritte Hauptregel, die da heißt, Abstand halten. Also wenn ihr zur Schule kommt, Mittwoch, kein Abklatschen, kein Umarmen. Corona-Check, kennt ihr mit dem Ellenbogen, das geht, aber den Rest müsst ihr leider lassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Schule wieder richtig losgeht. Es wird auch das Allermeiste, der Allermeiste Unterricht wird ja auch regulär stattfinden. Ihr seht eure Klassenkameraden, endlich alle wieder. Ihr habt wieder einen ganz normalen Stundenplan. Und wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben. Ich wünsche uns allen einen guten Start am Mittwoch und ich wünsche uns, dass wir dann die nächsten Wochen gut weiterarbeiten können, gemeinsam das Lernen organisieren können, dass wir alle gesund bleiben. Da freue ich mich drauf, da freuen sich die Lehrer drauf und ich glaube, die meisten Schüler von euch, ich glaube, ihr freut euch auch drauf. Von daher bis Mittwoch, wir freuen uns. Tschüss! Tschüss!